Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt bei der Gemeinde Rade und haben uns hier einen Hof gekauft und wir werden hier einen Milchbetrieb machen und werden heute mal anfangen Gras zu mähen, wo wir dann Heuballen draus machen als Futter für die Kühe. Ich werde jetzt mal das Schneidwerk anhängen fahren. So, dann fahren wir mal zur Wiese. So, dann fahren wir mal. Die liegt hier hinten beim Gartencenter. Die erste, größere. So, dann fahren wir mal. Machen wir das Tor auf. So, da kann man auch gleich starten. Dann würde ich sagen, machen wir hier Heuballen draus. Dann haben wir erstmal genug für die Tiere. Und dann können wir die anderen Wiesen Silageballen machen, bevor es dann im Herbst Mais gibt und wir den zu Silage machen können. Die Felder haben wir noch nicht viele. Das einzige, das wir momentan noch haben, ist viele Wiesen, wo wir halt dann auch zur Not noch Silage für Silo machen können. Die Felder haben wir noch nicht. Die Felder haben wir noch nicht. Die Felder haben wir noch nicht. Wir werden jetzt erstmal alle Wiesen mähen. Und dann diese hier halt wenden. Bei den anderen brauchen wir das ja nicht. Die können wir dann direkt schwaden. Um da Silageballen dann draus zu machen. So, wenn ich das Vorgewende jetzt hier fertig habe, dann würde ich sagen, mache ich das erst fertig. Ja, und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich zur anderen Wiese fahre. So, wir sind jetzt bei der letzten Spur, die wir noch mähen müssen. Und dann sind wir hier fertig. Dann fahren wir rüber auf die andere Wiese und mähen die. Die liegt direkt hier nebenan. Also, das ist nicht weit zu fahren. Dann würde ich sagen, mache ich mal beide Wiesen. Heuballen. Wenn wir eh einmal mit den Geräten immer nach hier unten fahren müssen. Die ist ja nicht so groß wie die linke von uns hier. So, hier sind wir schon. Kann mal ausklappen. Dann machen wir hier auch das Vorgewende. Das ist ja nicht so großartig. Das ist ja nicht so großartig. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt hier das Vorgewende fertig habe, die erste Runde. Dann mache ich das mal fertig. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich das abgemäht habe. So, wir sind jetzt bei der letzten Bahn. Dann fahren wir zurück am Hof. Die eine Wiese noch machen. Und dann haben wir erstmal alle Wiesen gemäht. Alles schön einklappen. Grundum leuchtet er. Dann leuchtet er an und dann. Ab zum Hof. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da sind wir auch schon Tor mal aufmachen Alles ausklappen Und los geht's So, da sind wir auch schon Ja, hier müssen wir leider ein bisschen Abstand halten Weil da kommt immer die Fehlermeldung Das Feld würde uns nicht gehören Und dann mäht der das nicht Ich denke mal in der V2 wird das behoben Genauso wie mit dem KI-Verkehr Weil der hält sich an keine Vorfahrten Und fährt einfach rein Aber so wie ich gehört hab, ist die V2 ja schon in Mache Oder sogar schon fast fertig So, dann mach ich die Wiese jetzt noch fertig Und dann sehen wir uns gleich wieder So, jetzt sind wir beim letzten Rest Dann sind wir jetzt fertig Fahren wir jetzt noch die Geräte zurück So, dann müssen wir jetzt noch die Geräte zurück So, jetzt bin ich ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war es dann auch schon für heute. Morgen werden wir dann Schwaden und die zwei Wesen wenden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und ein Abo. Tschö, bis morgen.